Thomas Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Müller! Und Tor! Und Tor! Und Thomas Müller, wer sonst? Ich kann leider nur Fußball spielen und deshalb sind die Interviews so wie sie sind. In Deutschland erst den Titel, wollt ihr unbedingt? Nee, auf gar keinen Fall. Ich müsste jetzt keinen sehen. Ich könnte mir denken, die Frage kommt von RTL, oder? Danke für die geile Unterstützung! Müller! 78. Minute! Müller! Melito macht alleine! Melito und Tor! 0 zu 2! 0 zu 2! Wenn ich ja schon dabei bin, dann will ich ja auch gute Leistungen zeigen und nur weil es mein erstes Jahr ist, heißt das ja nicht, dass ich ein Blinder bin. Die nächste Temposteigerung und vielleicht jetzt Podolski! 1 zu 0! Müller! Und... Yeah! 3 zu 0! Einer der besten wird belohnt, belohnt sich selber! Thomas Müller! Müller! Und da ist mal Platz! Özil! Ja! Klose! Schickt Müller auf die Reise! Thomas Müller! Da drüben sieht der Podolski! Lukas Podolski! Und da ist das 2 zu 0! Arzian Schweinsteiger! Außen Müller! Bekommt den Ball! Thomas Müller! Zielt! Tritt! 3 zu 1! 3 zu 1! Guckt, dass Müller dabei ist! Müller! Müller! 4 zu 1! Für Deutschland! Das ist Konterfußball in Perfektion! Das war eine geile Gisse heute! Da ist das 1 zu 0! Da ist das 1 zu 0 von Deutschland! Und es ist wieder Müller! Ich fasse es nicht! Dritte Minute! Da ist Klose! Da ist Klose! 4 zu 0! 4 zu 0! Deutschland webt gerade ein bisschen und völlig zurecht! Ich denke, wir sind jetzt auch nur am Feiern! Es ist ja Wahnsinn, was hier passiert! Schweinsteiger! Ja, warum denn nicht? Und der Schuss! Böller! Der dritten! Keiner zeigt! Deutschland führt 1 zu 0! 4 zu 1! 2! 2! 1! 3! 3! Thomas Müller, ja, der Ausgleich, Schweinsteiger, Schweinsteiger, der FC Bayern steht im Finale der UEFA Champions League. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung, Ausgleich! Der FC Chelsea ist Champions-League-Sieger 2012. Wir hätten das Spiel mehrmals entscheiden können, aber das, was natürlich so endet, ist natürlich nicht. Was soll sich das erklären? Was soll denn vorgehen? Ich kann ja nicht sauer sein. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Großkreuz durch die Beine von Schweinsteiger und Lewandowski! Das kann er! Und wie! Malotelli 2-0! 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 1-0! 2-0! 3-0! 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! 2-0! 2-0! Robben, Robben, Robben! Das ist das Tor! Ausgerechnet Robben! 2 zu 1 für die Bayern! Thomas Müller. Mit 23 Jahren. Sein drittes Endspiel auf den Schultern von Manuel Neuer. Da dieser Juniare schon so viel erreicht. Und hier guckt er aus und bringt den Endspiel in die Führung! Keinerzeit, Müller. Wieder kommt Benid! Und das ist das 3 zu 0! Hier ist der Europaparkar der Landeswassers! Der Champions League! by 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 bybl. Und jetzt die Möglichkeit, Günther Hard. Gut rausgespielt! Müller! Klasse! Und auf drei! Hey! Thomas Müller! Hallo Götze, was sagen Sie zu Ihrer ersten Meisterschaft im richtigen Trikot? Halt die Fresse! Die Zarro macht das ganz geschickt und Müller gibt noch mal alles. Versucht alles aus den Schrauben zu holen. Müller! Wo war er weit? Müller! Und der München ist Pokalsieger! Müller! Und das Tor! 1 zu 0 für Deutschland! 2 zu 0! 2 zu 0! 2 zu 0! Und die Schrauben! Und das Tor! Müller! 3 zu 0! 2 zu 0! 2 zu 0! 2 zu 0! 3 zu 0! 4 zu 0! So jetzt Geschwindigkeit bringen... Ach isch guh das ist das Tor! Mario Gerzöel! Thomas Müller bedient ihn! Jetzt ist Acker! Nachschuss von Müller! Aus dem Stiegreif das 1 zu 0 für Deutschland! Ihr habt schon Ihr viertes WM-Tor erzielt, seit wann sind Sie denn Mitteldistanz-Schütze? Ja, ich weiß auch nicht genau, jetzt habe ich tatsächlich mal ein schönes Tor geschossen, aber ja, mir fällt dann auch mal einer von... Müller! Müller! Und dort! Dort ist die Schülle! Vorbereitet vom Torjäger von Thomas Müller! Müller! Ecke kommt! Müller! Tor! Tor! 1 zu 0 für Deutschland! Fünftes Tor von Thomas Müller! Wieder nach einer Standard-Situation! Fünftes Tor von Thomas Müller! Fünftes Tor von Thomas Müller! Schölle! 7 zu 0! 7 zu 0! 2 zu 0! Wer kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Jaaa! Jaaa! Und noch mal jaaa! Deutsch schlägt jetzt zurück im Fußball-ML Weltmeister! Du warst so nah an zu sein. Du bist der Top-Striker. Ich muss hier zuhören. Wie macht es dir? Das interessiert mich alles nicht, der Scheiß-Trick. Weltmeister sind wir! Die Pott haben wir! Der Scheiß, der goldene Schuhe kommt da hinter Bord spüren! Weltmeister! 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 Nee, was macht da der Torwart! Vor den Feld um. 2 zu 0, Doppelschlag, Barcelona. Zweimal Messi. Er glaubt, das ist seine Natur. Wie dieser Klub im Moment glücklicherweise genießt, sind wir da komplett resistent. Also es gibt keinen Betrag. Thomas Müller hat vier Jahre Vertrag und es kann ja auch hier, weder hier noch irgendwo da draußen, einer erklären, warum wir Thomas Müller abgeben sollten. Also das ist ein ganz wichtiges Gesicht auf und außerhalb des Platzes für Bayern München. Und wie gesagt, das Etikett unverkäuflich, das habe ich ihm ja schon damals in China gegeben. Und da ist der Ball im Tor. Das war gar nicht als Torschuss gedacht. Sein dreistigstes Tor in der Champions League. Ist ohnehin der beste deutsche Schütze in diesem Wettbewerb. 3 zu 0 für die Bayern. 3 zu 0 für die Bayern München. Von Kosta. Er hat Müller eine mitteilung für die Bayern München. Es ist einer der Momente, die nicht so häufig vorkommen. Beim FC Bayern, wo sie beweisen können, beweisen müssen, dass sie eine große europäische Mannschaft sind. Drei Minuten nur Nachspielzeit, Coman, der Ball kommt, der Ball ist gut, Thomas Müller! 90 Minuten, 30 Sekunden, wer denn sonst? Müller, Müller! Thiago, Müller, Thiago, Thiago, Toto, Toto für die Bayern! Klasse, Flanke! Nuller, 3-0, Ende der Durchsage! Vor allem guckt er nach oben, das macht er jetzt auch! Und er setzt ihn auch da links oben rein! Das ist klasse! Kosta macht es! Bayern ist Pokalsieger zum 8. Titelvoll! Titelvoll! Thomas Müller! Verschießt! Er verschießt! Grießwaden! Es ist unvorstellbar! Thomas Müller! Da ist Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Thomas Müller! Müller! Es war mal seine Spezialität, zuletzt leider nicht mehr! gegen Mustafi Neuer, Mustahin! Grießmann! 2-0 für Frankreich! Müller hat sich ja immer dadurch ausgezeichnet, dass er unberechenbare Dinge gemacht hat, einfach so intuitiv gespielt hat. Und diese Intuition ist ein bisschen verloren gegangen, weil es eine große Stärke ist, dieses Gefühl für die richtige Situation, wo muss ich stehen, wo muss ich hinlaufen. Und jetzt ist zum ersten Mal eigentlich eine Phase, wo es ein bisschen negativ läuft hin. Da muss er durch, muss weiter hart arbeiten. Wichtig ist also, dass er die Unbekümmertheit nicht verliert. Die letzte Mal in der ersten Halbzeit ist es. Die letzte Mal in der ersten Halbzeit ist es. Und es ist eine Chance! Und es ist ein zweites Bayern-Geal! Er wird nicht angegriffen und Thomas Müller mit dem 3 zu 0! Es geht weiter! Und er ist nach einem Fehler! Von Süd das 1 zu 0! Thomas... Thomas Müller mit Legings! Thomas Müller! Wow! Sergio Ramos mit einem Hillhook, in der Crosswind, und all of that space in there! Und Ronaldo scores! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk